Der Audi Star Talk ist im besten Sinne eine Sport-Personality-Talkshow. Für mich bedeutet das, dass wir uns neben den großen sportlichen Taten vor allem auch für die Menschen hinter diesen großen Erfolgen interessieren. Der Audi Star Talk ist nicht wirklich im Boulevardesken-Sinne privat, aber manchmal eben doch im allerbesten Sinne sehr persönlich. Gucken Sie mal, meine Damen und Herren, der erste Spielerpass von Marc van Bommel. Mei. Das war noch mal Zeit, ne? Das sieht doch noch richtig süß aus. Das nächste Foto, was wir haben, ist dann Marc van Bommel, schon ganz in jungen Jahren, im Trikot des AC Mailand. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, auch bei dir im Kinderzimmer gegangen haben. Ja, aber ich war damals auch Fan. Das waren die super Jahre mit dem holländischen Trio. Raikard von Basten Güllet. Und ja, da sieht man, ich habe das öfter erzählt, auch in der Presse, und da haben meine Mitspieler immer gesagt, ja, du sagst immer, dass du spielst bei deinem Lieblingsverein. Aber jetzt sieht man auf das Foto von meinen Kindern, dass AC Mailand einer meiner Lieblingsvereine war, so wie Barcelona und Bayern München auch. Ja, und wir haben den Beweis, wir können das nämlich zeigen. So, wir haben noch ein Foto aus deinem Kinderzimmer, und zwar geht es diesmal um den FC Bayern. Ja, das sieht man auch. Das ist noch das alte, das alte Logo. Das alte Logo, ja. Und, das ich besonders hübsch finde, ist das Bild für den FC Barcelona. Da sieht man nämlich jetzt Marc van Bommel, wie folgt. Das war noch mit kurzer Hose. Gefühlt würde ich sagen, du bist der erste Profi, der so mit zehn schon einen eigenen Porsche hatte. Ja, ja, das war mein zweites Auto, oder? Das war es? Ja, ja. Wir haben ein paar wunderbare alte Bilder. Ich glaube, die hat ihre Mutter damals mit Super 8 gedreht. Wir haben mal so ein paar Tennisbilder, die wir uns mal angucken wollen. Sie sind unschwer erkennbar der Linke gewesen auf dem Bild. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Erkennen Sie gar nicht? Nein. Ja, schön. Kriegen Sie von mir eine CD? Ja, oder DVD? So. Oh. Rücker und Peitsche, ja. Und stimmt das, dass Sie Tommy Haas mal geschlagen haben? Nein, das ist auch ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Der ist zwar mein Jahrgang, aber ich glaube, so richtig gegeneinander haben wir nie gespielt. Okay. Das steht überall, wissen Sie, das ist in jeder Zeitung steht sie hinten im Halbfinale der Bayerischen Meisterschaft. Nee, nee, so war das leider nicht. Aber hört sich gut an. Ich war dann im Missionsgymnasium in St. Gallen und morgens um halb sechs war die erste Messe. Und vor dem Frühstück war noch Studium. Und dann um halb fünf war wieder die zweite Messe. Und abends war noch das Abendgebet. Und um 23 Uhr konnte ich dann ins Bett gehen und habe ein volles Programm gehabt und konnte nicht Fußball spielen. Und da habe ich auch furchtbar Heimweh gehabt. Fürchterliches Heimweh gehabt. Und ich habe dann auch gedroht, war beim Direktor. War der Direktor, der saß auch hier. Und dann, wie Sie mir gegenüber sitzen, dann habe ich so einen Briefverschwerter genommen, habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt, wenn Sie mich nicht gehen lassen, dann haue ich ab hier. Und wenn dann was passiert, dann sind Sie schuld. Also ich war so verzweifelt in meinem Heimweh, dass ich ihn unter Druck gesetzt habe. Und vier Wochen später durfte ich dann tatsächlich wieder nach Hause gehen. Und dann war ich auf einem normalen Gymnasium. Und so ist das halt gewachsen. Und auch als ich dann Trainer wurde oder Fußballspieler war in Stuttgart, war auch jedes Wochenende in Lörrach, weil ich immer ein bisschen Heimweh hatte. Selbst als ich mit 42 Jahren von Zürich, also von der Schweiz, Schweiz ist ja auch ein bisschen meine Heimat, weil man die ähnliche Sprache spricht, und ich auch nur eine Stunde entfernt war von meinem Heimatort, bin ich dann nach Dortmund gezogen. Und Dortmund war fast für mich Ausland. Weil da konnte ich nicht mehr Alemannisch sprechen, immer Schweizerdeutsch, sondern ich musste reines Hochdeutsch sprechen. Das war schwierig für mich, ich musste richtig umdenken. Und ich hatte wieder Heimweh. Und ich hatte sechs Wochen lang in Dortmund eigentlich Heimweh, und habe drei, vier Kilo abgenommen. Alle haben gedacht, ja, der Hitzfeld, der nimmt jetzt ab, weil das so ein harter Job ist. Und ich war immer auch ernst und streng. Und da hieß es, ja, der strenge Hitzfeld. Dabei war ich einfach unglücklich. Und konnte ja trotzdem von der Mannschaft nicht sagen, ich habe Heimweh. Sonst hätte es ja gleich geheißen, das ist ja ein Weichei. Was will der hier in der Bundesliga? Also von daher war das eine Lebensschule für mich. Wir saßen im Rollstuhl, waren fast komplett gelähmt. Erzählen Sie vielleicht mal selber einfach. Ja, es war halt so, dass bis zu den Knien, also ich ein absolutes Taubheitsgefühl in den Beinen hatte. Meine halbe Gesichtshälfte war gelebt. Also ich konnte das eine Auge nicht schließen. Ich hatte immer so ein Kribbeln in den Händen. Und vor allem, ich konnte halt einfach nicht mehr gehen, weil ich keine Power mehr hatte. Und das war natürlich einschneidend, aber im Nachhinein, ja, auch lehrreich einfach. Ich habe unglaublich viel da mitgenommen. Vor allem in der Tätigkeit, was ich jetzt schlussendlich ausübe als Trainer, weil bis dorthin war ich mehr oder weniger immer nur auf der Sonnenseite. Ich war Stammspieler, ich habe Titel gewonnen, war zwar ab und zu mal auf der Bank gesessen, aber war selten schwerer verletzt, immer nur leichtere Verletzungen, wo man auch spätestens vier Wochen wieder da war. Und das ist dann natürlich schon ein Einschnitt, wo ich so auch noch nicht kannte, wo ich natürlich auch meine Probleme damit hatte, schlussendlich dann auch wieder bis zum Schluss nochmal zu schaffen. Aber hilft mir jetzt in meiner Arbeit unglaublich viel, weil ich kann mich eben sehr, sehr gut in die Spieler hineinversetzen. Es ist ja so, dass Sie natürlich nicht ganz unvorbelastet sind familiärerseits. Ihr Vater, Helmut Nerlinger, war auch ein klasse Fußballer, war Bundesligaspieler, hat, glaube ich, sogar mal Pokal gewonnen mit Kegas Offenbach. Also da waren natürlich schon so ein bisschen Grundgegebenheiten da. Und er hat sie auch regelmäßig gecoacht. Wir haben mal ein bisschen in den Fernseharchiven gekramt. Wir haben einen wunderbaren Ausschnitt gefunden aus dem Jahr 1993 ist das, glaube ich. Da gucken Sie zusammen ein Tor von sich. Das gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich schließe das an. Ja, so geht's. 1 zu 0, Christian Ehrlinger. Hast du das gesehen, was der Hermann Gerland und ich dir immer gepredigt haben? Wenn man den Kopfball unbedingt will, dann kriegt man ihn auch. Das darf man bei so einem Tor natürlich auch nie vergessen, was das für eine sensationelle Vorarbeit von Marcel war. Wie er den Ball noch reingeschlagen hat, das war schon super. Eine Traumvorlage. So spontan auch, ja. Sehr spontane Szene. Ich habe einen sehr netten Satz gelesen von Ihnen. Sie haben gesagt, schon mit 8 hatte ich mehr im Geldbeutel als die anderen. Das stimmt. Was haben Sie gemacht? Im- und Export von Legosteinen? Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. In der Nachkriegszeit war Schnecken sammeln zum Beispiel. Da habe ich Geld verdient. Ich habe Geld damit verdient, dass ich bei den Bauern gearbeitet habe. Ich habe irgendwie immer das Ziel gehabt, Geld zu besitzen. Das war auch ein bisschen geprägt von meiner Mutter, die wirklich sehr, sehr sparen musste mit 4 Kindern. Ich habe dann irgendwann später mal zu ihr gesagt, Mutter, ich werde mal ein Millionär. Da haben Sie leicht geschwindelt, weil Sie sind ja Milliardär geworden. Das wusste ich ja nicht, dass das passieren wird. Wenn man dann mal bedenkt, wie die Trainerkarriere begonnen hat. Wenn ich mich richtig mitkriege, das war fast eine Art Karnevalsscherz. Das war Rosenmontag, 2001, oder? Ja, 2001, meine ich. Ich glaube schon, ich bin zehn Jahre Trainer. Wie ist Jürgen Klopp Trainer geworden? Karnevalsscherz war es nicht ganz, aber... Wir haben sonntags gegen Kreuter Fürth gespielt. Das Spiel wie immer, Mainz und Fünf, war Kreuter Fürth, bis hier und vor zwei Jahren das erste Mal er gewonnen. Immer verloren. 3-1, Jürgen Klopp ist in der 57. Minute wegen grottenschlechter Leistung ausgewechselt worden. Trainer war Eckhard Krautsohn. Mittwochs darauf war ein Nachholspiel gegen den MSV Duisburg. Damals Trainer Seppo Eichkorn. Und Aufstiegsfavorit. Und wir praktisch tot. 19 Punkte, zwölf Spieltage vor Schluss ist eigentlich erledigt. Und dann wollte Eckhard Krautsohn, hatte die glorreiche Idee zu sagen, alle alten Spieler raus, wir probieren es jetzt mit Jungen. Ich gehörte zu diesen alten Spielern. War also von der Idee zweitklassig begeistert. Aber das war gar nicht das Thema. Er wollte am nächsten Tag eine Pressekonferenz einberufen, um das zu verkünden. Christian Heidel, der Manager, hat davon erfahren, hat dann gesagt, okay, wir machen eine Pressekonferenz, aber wir schmeißen einen Trainer raus. Jetzt war allerdings bis zur Pressekonferenz nicht mehr so viel Zeit. Also muss man ja irgendwie schnell einen Trainer beiholen. Und dann hat Christian mich auf dem Spaziergang mit Dimo Wache, wo wir zusammen unterwegs waren, im Hotel, genau, angerufen. Er hat gesagt, kannst du dir vorstellen, einen Trainer zu machen? Er hat mich sofort gesagt, aber dann spiele ich nicht mehr. Ich nehme an, das war wahrscheinlich, da waren alle froh drüber. Er hat den Vertrag abgesichert. So, und dann war aber klar, es geht um das Spiel mittwochs, und es geht um das Spiel sonntags darauf, das war gegen Chemnitzer FC. Und dann in der Zeit wollte der Verein neuen Trainer suchen. Jetzt haben wir beide Spiele gewonnen. Ich könnte übrigens alle Tore, die wir da geschossen haben, noch eins zu eins nachzeichnen. Ich weiß auch nicht, wo das so ist, aber das war wirklich prägend. Und dann bin ich Trainer geblieben. Dann hieß es erst bis Saisonende, und dann haben wir die Klasse gehalten. Dann bin ich länger Trainer geblieben. War nicht die schlechteste Entscheidung. Nein, das ist einfach großes Glück. Man muss im Leben, das ist ja so, es gibt viele Leute, die ab und zu Glück hatten. Aber wenn du im richtigen Moment am richtigen Ort bist, und dann noch die richtigen Leute triffst, dann ist das wirklich, und das hatte ich mehrmals in meinem Leben, und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass sie mir damals das Vertrauen geschenkt haben, ist außergewöhnlich. Ich war 33 und konnte nicht kicken, also warum soll man sich immer Trainer werden lassen? Was habt ihr gesagt, habt ihr euch kennengelernt. Vielleicht erzählt ihr mal beide ganz kurz. Wir haben im selben Haus gewohnt, der war einen Stock unter. Wir waren immer oben, die Handballer waren auch oben. Jeder war bei jedem, und es war echt ein Riesenerlebnis. Ich verstehe, wenn du das Bier auswahl, kein Problem. Bier gab es leider nicht im Olympischen Dorf. Gut, gehört sich natürlich auch nicht, sei gar keine Frage. Was ich sehr nett finde, Timo, Sie sind ja natürlich hier bei uns ein Star, aber in China sind Sie ja ein Megastar, so wie David Beckham oder so was. Tischtennis ist ja eine Riesennummer. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, Dirk, also das A, ein Magazin hat ihn als Sexiest Man Alive ausgezeichnet. Schon ein paar Jährchen her. Und B, da musste ich sehr lachen, dass ich das gelesen habe, in China steigen die Frauen auf Bäume nur, um einen Blick in ihre Umkleidekabine zu werfen. Stimmt das? Das ist noch länger her, aber das war gar nicht in China, das war sogar in Japan. Ach, tatsächlich. Oh Gott. Die Asiaten halt. Campino, der Sänger der Toten Hosen. Kann man sagen, einer Ihrer engsten Freunde, persönlichen Freunde? Ja, es ist eine gewachsene Freundschaft. Ich kannte ihn ja auch nur vom Hören. Also meine Jugend mich begleitet. Dann darf ich ganz schnell vorstellen, wie Sie sich kennengelernt haben. Das hat er uns nämlich erzählt. Das müssen wir ganz kurz hören. Bitteschön, Campino. Aus dem Nichts habe ich zu Hause auf meinem Anrufbeantworter plötzlich so eine Nachricht gehabt. Ja, hier ist der Bubble, Markus. Und mit Bayern, das fand ich nicht so gut. Da kannst du mich auch mal in Liverpool besuchen. Ich spiele jetzt bei deinem Club. Das war so eine süße Ansage und so nett, dass ich mich sofort zurückgemeldet habe und auch wirklich erfreut war. Und dann bin ich seiner Einladung gefolgt und nach Liverpool gekommen. Und dann haben wir uns halt sehr schnell sehr gerne gemocht. Wir haben so einen kleinen Mini-Tisch-Tennis-Tisch. Oh, shit. Ja, genau. Und da wollen wir jetzt mal sehen, was die beiden da zu bieten haben, wenn sie mal rüberkommen wollen. Ein Satz bis selbst, oder? Ja, klar, Freunde. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, der erste Punkt, oder? Ja, das war, glaube ich, das war, glaube ich, der erste Punkt, oder? Für Sie. Ja. Das war, glaube ich. Das war, glaube ich, der erste Punkt. Ja. Ich glaube, das war schon ein bisschen klatscht. Aber das war schon ein bisschen zu viel gelobt. Jawoll. Sieht so ganz gut aus. 5-1. So, jetzt ein schöner Ballwächter. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jawoll. Ich hab gesagt, er hat Talent. So. Ja. Hast du alles drin? Jawoll. So. Der Letzte entscheidet. Noch mal ein. Ein noch, komm. Ah! Siglo Dieberwoll! Liebe Zuschauer, es wäre eine Talkshow ohne ein paar knackige, launige Sprüche. Ja, man muss sagen, Reinlichkeit ist sehr wichtig. Mittlerweile schon. Jetzt trainiere ich ja auch die Schweiz. Ich wäre ein super Team. Der Jens, nicht Trainer, der Jens Co-Trainer. Gleich im Audi StarTalk Best-Off. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.